Auch dieses Jahr präsentiert uns AG einen OLED TV mit dem bekannten Gallery Design. Der AG G3 Evo OLED TV beerbt dabei den absoluten Vorzeige-OLED TV G2 Evo aus 2022. Mit der neuen Micro Lens Array OLED Technik und somit einer höheren Spitzenähnlichkeit, besseren Farben und dem bekannten Design soll sich der neue G3 vom letztjährigen G2 maßgeblich unterscheiden. Aber kann er wirklich an die herausragende Gesamtleistung des AG G2 anknüpfen? Diese Fragen und mehr möchte ich in diesem Video beantworten und ja und somit grüße ich euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Review-Video. Achja, wenn euch das gefällt und ihr meinen selbstfinanzierten Kanal kostenlos unterstützen wollt, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, das Video zu teilen und einen kleinen oder großen Kommentar zu hinterlassen. Das bringt diesem Projekt ungemein viel und ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Auch der AG G3 ist durch meinen bekannten Testparcour gelaufen, musste sich dabei anspruchsvollen Film-Sessions aber auch anspruchsvollen Gaming-Runden mit einer Xbox Series X und Playstation 5 stellen. Konnte mich der G3 wirklich überzeugen? Dies erfahrt ihr nun in diesem Video und somit würde ich sagen, ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege los. Beginnen wir mit den technischen Daten. Der TV ist erhältlich in 55, 65, 77 und 83 Zoll. Jeweils mit einem Ultra-HD OLED-Panel, welches eine Bildwiederholungsfrequenz von 120Hz in Ultra-HD bietet. Neu dieses Jahr, der AGG OLED bietet in den Größen 55, 65 und 77 Zoll das brandneue Micro-Lens Array OLED-Panel, welches mittels des neuen Meta-Algorithmus noch höhere Spitzenerlichkeiten erreichen soll. In der Größe 83 Zoll setzt der G3 auf die Vorjahrestechnik OLED-EX. Garniert wird das Ganze mit 4 HDMI 2.1a Anschlüssen, um die hohe Auflösung mit 120 Hz auch einspeisen zu können. Die 120 Hz werden abgerundet durch eine G-Sync, FreeSync Premium sowie eine VR- und QMS-VR-Unterstützung. Prozessorseitig verbaut AG den Alpha-9 AI-Prozessor der sechsten Generation, welche erneut Verbesserungen in der AI-Technik erfahren haben soll. Darüber hinaus bietet der G3, Dolby Vision IQ, HDR10 und natürlich HLG. HDR10 Plus ist auch dieses Jahr wie der Erwartung nicht von der Partie. Softwareseitig kommt selbstverständlich AGs WebOS in der neuen Version WebOS 23 zum Einsatz, welches an den wesentlichen Stellen passende Änderungen erfahren haben soll. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Und ja, wie der G2 macht auch der G3 einen sehr wertigen Eindruck. Kunststück, ersetzt auf die gleiche Optik und Materialwahl des G2 aus 2022. Alles ist sehr genau verarbeitet und wirkt wie aus einem Guss. Besonders gefällt mir der Displayrahmen, welcher mehr Stabilität und Wertigkeit verleiht. Der G3 ist wieder ein absoluter Vorzeigetv, was Verarbeitung und Handling angeht. Alles andere hätte mich aber auch gewundert, bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von sage und schreibe 2799 Euro der 55 Zoll-Variante, welche ihr hier in diesem Video seht. Da der G3 das berühmte Gallery Design bietet, verzichtet er auf einen dedizierten Standfuß und ist somit komplett auf die Wandmontage ausgelegt. Dies lässt sich auch schnell an der Aufmachung der Rückseite ausmachen. Sämtliche Anschlüsse wie Hardemy, die SAT oder die Ladenbuchse gehen nach unten oder zur Seite raus. Garniert wird das Ganze mit einer sehr üppigen Kabelführung, welche die Kabel nach unten hinweg führt. Als Fernbedienung lächelt uns dieses Jahr die bekannte Magical Mode entgegen, welche schon letztes und vorletztes Jahr im Start war. Gleiche Größe, gleiche Verarbeitung und auch gleiches Gewicht. Leglich die Tasten bzw. dessen Druckpunkt wurde überarbeitet und fühlt sich nun deutlich direkter und fester an. Und auch das gleiche angenehme Bedienerlebnis wie in den letzten Generationen der AG OLED TVs. Werfen wir nun einen Blick auf das neue WebOS 23, welches so 1 zu 1 auch beim AG C3 zum Einsatz kommt. Es wirkt im Verhältnis zu der Vorjahresversion rein optisch jetzt nicht großartig anders. Das gleiche aufgeräumte Design. Auch das Einstellungsmenü erstreitet weiterhin in den schlichten Grau mit weißer Schrift. Neu ist dieses Jahr das Dropdown-Menü, welches ein komplettes Facelifting erfahren hat und nun viel flexibler und individueller daherkommt. Ansonsten ist die Performance im Vergleich zu WebOS 22 wieder spürbar besser geworden. Menüs, Apps und Co starten nun noch etwas schneller, der G3 präsentiert rasant das gewünschte Menü oder Programm. Auch der Spieloptimierer hat ein kleines Facelifting erfahren, dazu aber mehr im späteren Teil des Videos. Auf jeden Fall bietet WebOS 23 wieder die Möglichkeit, den TV in einen stets Breitmodus zu versetzen, um den Fernseher als smarten Bilderrahmen à la Amazon Echo Show zu verwenden. Ansonsten bietet auch WebOS 23 den Zugriff auf den Filmmaker-Mode und beherrscht nun endlich wieder die Verarbeitung von DTS-Signalen. Das wohl interessanteste an diesem Video kommt jetzt, das Thema Bildqualität. Die Bildqualität habe ich bewertet mit speziellen Testbildern, aber auch mit klassischen Filmen, und natürlich beim Gaming. Der Filmmaker-Mode als auch der Spieloptimierer kamen dabei zum Einsatz und dies nach Norm eingestellt. Seitens der Firmware habe ich den TV mit der Firmware-Version 03.10.19 getestet. Etwaige Verbesserungen durch zukünftige Firmware-Updates werde ich wie immer in einem separaten Analysevideo behandeln. Ich würde sagen, schauen wir nun mal, was der G3 so alles zu bieten hat und wie er vor allem gegenüber dem LG G2 abschneidet. Starten wir wie immer mit der Darstellung von Details in dunklen Bildbereichen. Letztes Jahr musste ich dem AG C2 und G2 hier hochloben und eine exzellente Near-Black-Darstellung bescheinigen. Nun, wie sieht dies beim AG G3 aus? Ja, was soll ich sagen, der G3 setzt hier die Geschichte fort und präsentiert uns eine hervorragende Near-Black-Leistung. Ab 66 nit, welches exakt über dem Referenzschwarz agiert, beginnt der G3 eine Darstellung von Bildinhalten. Bannend finde ich dieses Jahr, wenn ich mir das Testbild-Szenario so anschaue, dass er hier etwas schlechter abschneidet als der AG G2, aber dann im Realbild-Szenario, dank eines besseren Videoprocessing, nochmal definierter im Schwarzbereich auftritt. Was ihn dann letztendlich sichtbar besser macht als den G2. Hervorragend und schon jetzt die neue Referenz. In Sachen Lichtreflexion setzt der G3 für AG OLEDs nun auch neue Maßstäbe. Dank seiner neuen Wanta Black Anti-Reflexionsschicht spiegelt das Display bei weitem nicht mehr so stark, wie noch bei den Vorgängermodellen. Auch eine Sache, die längst überfällig war und der G3 nun endlich umsetzt. Nun kommen wir zu dem Thema, welches beim G3 am meisten heraussticht, die Helligkeit. In meinem Test hat der G3 eine HDR-Spitzenhelligkeit von gut 1400 Nit im Testbild als auch Realbild-Szenario erreicht. Vor allem letzteres ist sehr beachtlich. Damit ist er wohlgemerkt im Filmmaker-Mode gut 400 Nit heller als sein direkter Vorgänger. Aber auch heller als Sonys A95K oder Samsungs S95B, welche hier im Realbild-Szenario um die 600-800 Nit geliefert haben. Jedenfalls ist die HDR-Spitzenhelligkeit des G3 nun bereit für 99% aller auf dem Markt erhältlichen HDR-Filme, welche meist bis maximal 1000 Nit gemastert sind. Aber auch für Dolby Vision als auch Gaming-Inhalte ist jene Lichtleistung ein Segen, da diese durchaus auch mal etwas mehr verlangen. Da der G3 mit einer sehr ordentlichen HDR-Spitzenhelligkeit auftrumpfen kann, ist natürlich der nächste Schritt das Dynamic Tor Mapping. Vorweg, bei einer Spitzenhelligkeit von mehr als 1000 Nit kann bei der Filmwiedergabe auf das Dynamic Tor Mapping grundsätzlich verzichtet werden und dies sorgt dann für eine bessere, quellengenauere Darstellung. Dennoch habe ich natürlich für euch das Dynamic Tor Mapping geprüft. Wie auch der C3 setzt der neue G3 auf das neue OLED Dynamic Tor Mapping Pro, welches vor allem in hellen Bit-Bereichen für mehr Details sorgen soll. Und ja, auch hier ist ein Sprung nach oben zu erkennen. Ab einer Spitzenhelligkeit von 2500 Nit beginnt der G3, papierweiße Inhalte ausbrennen zu lassen und endet in einem HDR-Clipping, was ihn hier gut 500 Nit stärker auftreten lässt als den G2 und eher somit HD-Inhalte, welche eine Lichtperformance jenseits der 1000 Nit-Marke erfordern, bis 2500 Nit problemlos heller erscheinen lässt, als das Panel eigentlich liefern kann. Beachtliche Leistung für einen WRGB OLED TV. Kommen wir nun zum Thema Auto-Static Brightness Limiter, kurz ASBL und dem Auto Brightness Limiter, kurz ABL. Was sich genau technisch dahinter verbirgt, habe ich für euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ich euch oben in der Infobox verlinkt habe. In Sachen ASBL hat LG nun endlich die Problematik mit dem willkürlichen Abdunkeln von dunklen HD-Inhalten gelöst und mit der Firmware-Version 03.10.19 das wohl entscheidendste Firmware-Update der letzten Jahre veröffentlicht. Der ASBL greift nun überhaupt nicht mehr ungewollt ins Bild ein und übertrifft hiermit signifikant sämtliche Vorgängergenerationen aller LG OLED TVs. Was bei dunklen HDR-Filmen einen bildqualitativen Vorteil hat, was schon längst hätte implementiert werden müssen. Auf Seiten des Auto-Brightness Limiter, dort bewegt sich der G3 wieder eher im Mittelfeld. Dank seines effizienteren Panels kann er mehr Gesamtlichtfläche darstellen als noch sein Vorgänger und verliert erst bei gut 40% Flächenlicht gut 45% Lichtleistung. Das ist eine sichtbare Verbesserung des Auto-Brightness Limiters, was bei extremen Bildsituationen mehr Performance verspricht. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der LG G3, was die reine Lichtperformance angeht, das bisher beste Ergebnis eines OLED-TVs abliefert, welchen ich getestet habe. Kleinere HDR-Highlights kommen sehr eindrucksvoll rüber und dunkle HD-Inhalte haben auf dem AG OLED-TV noch nie so gut ausgesehen wie auf dem AG G3, dank seines besseren Auto-Static-Brightness Limiters. Auch spannend finde ich, dass sich im SDR-Betrieb die OLED-Pixel-Helligkeits-Einstellung nun auf 10% befindet, um die relevanten 100 NIT für die perfekte SDR-Darstellung zu treffen. Beim G2 war dort noch eine Einstellung von 30 bis 35 erforderlich. Dies zeigt, dass die großflächige Lichtleistung des G3 maßgeblich gestiegen ist, dank MicroLens Array OLED. Machen wir weiter mit der Farbdarstellung. Hier habe ich den G3 auf seine Farbperformance im BT709 und BT2020 Farbraum überprüft. Beginnen wir mit dem Filmmaker-Mode. Wie wir in meinem Tech-Impression-Video bereits festgestellt haben, ist die Farbkalibierung des G3 im SDR-Farbraum BT709 eher durchwachsen. Keinesfalls grottenschlecht, aber optimierungsbedürftig. Sorgen machen mir hier die dunklen Bildbereiche ab ca. 20-50% Weißlichtanteil. Hier driftet das Rot sehr stark ins Positive und das Blau etwas ins Negative, wodurch er eine zu rötliche Darstellung in den dunklen Bildbereichen bekommt. Dennoch, ab den entscheidenden 50% Weißlichtanteil liefert er eine sehr exzellente Kalibierung ab, mit der notwendigen Blau-Entsättigung. Weiter geht es im Filmmaker-Mode mit dem erweiterten Farbraum BT2020. Ja und hier lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist ein Referenzbild. Im Vergleich zum G2 liefert der G3 hier eine signifikant bessere Bildperformance ab. Keinerlei Grünstich und keinerlei Rotstich. Wobei das Blau noch etwas mehr hätte sein können, um den perfekten Weißpunkt zu treffen. Aber im Schnitt ist dies eine herausragende Out-of-the-Box-Performance im HDR-Betrieb mit BT2020. Neben dem Filmmaker-Mode ist auch der Spiele-Modus sehr essentiell. Im klassischen SDR-Farbraum BT709 liefert der G3 hier auf dem ersten Blick eine etwas zu rötliche Darstellung. Ja, aber dies müssen wir ein wenig anders bewerten. Er braucht dies tatsächlich, um hier den Weißpunkt besser treffen zu können, welcher er im Spiele-Optimierer-Modus als LG OLED erstmalig genauer trifft. Dementsprechend ist die Kalibierung auch im SDR-Spiele-Optimierer-Modus als eine Referenz zu bezeichnen. Der Spiele-Modus im HDR-Farbraum BT2020 ist hier ähnlich kalibriert, wobei er hier noch eine Ladung oben drauf setzt und uns hier eine sehr lineare, perfekte Kalibierung abliefert. Perfektes Blau, perfektes Grün und ein leicht angehobenes Rot, um den Weißpunkt in dem Fall perfekt zu treffen. Ich kann hier nicht mehr sagen, außer hervorragend. Wichtig ist, dass wir uns im Filmmaker-Mode noch die Warmweiß-Darstellung gemäß der D65-Norm anschauen. Im SDR-Farbraum BT799 kann von einer guten Warmweiß-Darstellung gesprochen werden, in den dunklen Bildbereichen etwas zu warm, welches auf die zu rötliche Darstellung zurückzuführen ist. In den Reihenweiß-Bereichen zwischen 80-100% Weißbild bewegt sich der G3 mit gut 6.350 Kelvin etwas zu warm gegenüber der 6.500 Kelvin-Normlinie. Im HDR-Farbraum BT2020 zeichnet sich ein lineares Bild ab, aber auch hier ein Ticken zu warm. Dies lässt sich aber mit einer leicht kühleren Farbtemperatureinstellung ganz simpel korrigieren. Abschließend müssen wir uns natürlich noch das Color Bending anschauen. Wie zu erwarten liefert uns der AG G3 quasi als i-Tüpfelchen keinerlei Farbhelligkeitsabstufung und somit auch kein Color Bending. Im Punkto Farbdarstellung hat AG mit dem G3 den bisher besten AG OLED TV abgeliefert, den ich hier auf meinem Kanal je getestet habe. Pure Referenzklasse, vor allem im HDR-Filmbetrieb sowie im Gaming-Bereich. Dies Out-of-the-Box zu übertreffen wird sehr schwierig. Ohne große Umschweife, auch dieses Jahr sind die AG OLED-TVs wieder auf das moderne Gaming hin optimiert. HDMI 2.1a mit dem Support für 4K mit 120Hz, Auto-Low-Laticy-Mode, VR, G-Sync, Freezing Premium und Dolby Vision Gaming mit bis zu 120Hz stehen bereit. Kann der G3 in Sachen Gaming-Performance seinen Vorgänger noch übertreffen? Nun, die Antwort lautet ja. Dank seiner höheren Spitzenerlichkeit, des besseren Auto-Static-Brightness-Limiters und der referenzverdächtigen Farbkalibrierung sahen HDR-Games auf einem AG OLED noch nie so brillant wie auf dem G3 aus. Es wirkt fast wie als würde ich durch eine Fensterscheibe nach draußen schauen. Die erhöhte Farbleuchtintensität dank MicroLens Array OLED, ähnlich wie bei dem QD OLED-TVs, lässt die Farben beeindruckend kontrastreich wirken. Beachtliche Leistung! Gleiches gilt auch hier bei SDR-Games, welche naturgemäß natürlich weniger von der höheren Lichtperformance profitieren. Die Bildperformance würde ich hier mit jenes des AGCS vergleichen, welcher letztes Jahr auch bei SDR-Games eine ordentliche Performance abgeliefert hat. Der G3 kann hier dank MicroLens Array aber noch etwas mehr brillieren, vor allem wenn nicht zentriert vor dem TV Platz genommen wird. Besonders hervorheben möchte ich die Reaktionsfähigkeit bzw. die Eingabeverzögerung. Diese ist beim AG G3 fast schon monströs. Mit aktiviertem Auto-Low-Laticy-Mode ist beim G3 eigentlich keine Eingabeverzögerung mehr wahrzunehmen. Absolut beachtlich unterstreicht erneut die enorme Rechtenleistung des G3. Wie wir bereits in einem separaten Video feststellen mussten, leiden auch die 2023er AG OLEDs weiterhin unter dem VRR-Gamma-Flimmern bei einem 120Hz-Signal. Sei es in SDR, HDR oder Dolby Vision. Bei einer Variable im Bildwiederholungsfrequenz zwischen 90-21Hz flimmern auch beim G3-Schwarzbereiche vor sich hin. Mehr als mich darüber aufregen kann ich da wohl nicht mehr. Für so einen Vorzeig-GTV, welcher in fast allen Belängen heraussticht, einfach nur traurig. Natürlich könnt ihr auch beim G3 wieder mittels des Spieleoptimierers die multiplen Gamma-Kurven anpassen, um der Problematik etwas Herr zu werden. Apropos Spieleoptimierer. Der Spieleoptimierer ist eine hervorragende Ergänzung und macht den G3 zum absoluten Gaming-TV. Die Verbesserungen am Spieleoptimierer sind für mich logisch und konsequent. Besonders gefällt mir, dass nun noch konsequenter die Schlüssel-Bildeinstellungen direkt im Spieleoptimierer eingestellt werden können und nicht mehr mühselig in einem anderen Untermenü. Sehr gut. Nun, die Gaming-Leistung bewegt sich auf dem Niveau, auf dem ich sie auch erwartet habe. Es ist kaum Anlass zur Kritik, sei es für PC, PS5 oder Xbox Series X Spieler. Der G3 liefert für alle Fraktionen ein rundum-sorglos-Paket. Von G-Sync bis hin zum hervorragenden Dolby Vision Gaming. Werfen wir nun einen Blick auf den Upscaler und hier flacht die Verbesserungskurve langsam ab. Der LG G2 lieferte letztes Jahr einen sehr guten Upscaler, welcher sich mit den hervorragenden Upscaler des Sony-TVs messen konnte. Der G3 kann an dieser Stelle anknüpfen, liefert aber nicht zwingend ein besseres Upscaler-Ergebnis. Klar kann er hier dank seiner exzellenten Farbdarstellung den G2 etwas ausstechen, aber in Sachen Bildschärfe und Detailgrad nehmen sich G2 beim G3 hier nichts. Was weder wirklich gut noch wirklich schlecht ist. Der Upscaler des G3 ist jedenfalls brauchbar und würde ich jedem günstigen Ultra-D-Blu-ray-Player bis 300 Euro vorziehen. Kommen wir nun zur Zwischenbildberechnung. Was eine Zwischenbildberechnung ist, habe ich euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ebenfalls oben in der Infobox verlinkt ist. Die Zwischenbildberechnung des G3 ist auch wieder eher nur als okay zu bezeichnen. Hier bewegt er sich etwas über das G1 und kommt leider nicht an die elegante Zwischenbildberechnung des G2 heran. Auf jeden Fall beim Quellmaterial von 24 Bildern pro Sekunde, was einer klassischen Filmwiedergabe entspricht, zerreißt der G3 das Bild sichtbar. Was auf meinen Testbildern brutal aussieht, ist bei einem echten Film natürlich situationsabhängig. Aufgrund der neuen Urheberrechtslage kann ich euch dazu leider kein Bildschirmaterial liefern. Auch 2023 hat SEG in der Highend-Klasse nicht geschafft, die Zwischenbildberechnung in den Griff zu bekommen und dies bei einem verbesserten SoC mehr als traurig. Machen wir weiter mit einem Thema, welches bei OLED-TVs ebenso brisant ist wie ärgerlich. Die Rede ist von vertikalem Bending. Vertikales Bending ist in der Vergangenheit vor allem bei OLED-TVs immer wieder aufgetreten. An meinem LG G3 konnte ich kaum bis kein vertikales Bending feststellen. In sehr dunklen Bildbereichen konnte ich sehr leichtes Bending ausmachen, ansonsten ein komplett streifenfreies Bild, so wie man sich das wünscht. Kommen wir nun zum Sound des G3. Um es gleich vorweg zu nehmen, der Audio-Modus AI Sound Pro ist weiterhin Schrott und klingt einfach nur ohrenbetäubend schlecht. Wiederum der Sound-Modus Kino konnte mich dieses Jahr überzeugen. Hier liefert der G3 eine beachtlich gute Audioqualität für einen Flachbild-Fernseher. Fakt ist aber auch, dass er keinesfalls an einen Philips OLED 907 oder an den Sony A95K herankommt. Da ist er im Vergleich immer noch ein Küchenradio. Aber im Vergleich zum Vorgänger kann der G3 hier hörbare Verbesserungen verbuchen. Dennoch rate ich euch weiterhin zu einer externen Audio-Lösung. Fazit Mit dem AG G3 EVO OLED TV haben wir hier auf meinem Kanal den ersten TV für das Jahr 2023 getestet und damit auch gleich das High-End-Modell aus dem Hause AGs. Um es kurz zu machen, der AG G3 EVO liefert im Gesamten eine Performance ab, mit der ich so per se nicht gerechnet habe. Noch nie hatte ich hier eine TV, sei es nun ein AG, Sony, Philips oder Samsung, welcher eine solche Leistung abgeliefert hat. Eine beachtliche Lichtperformance von gut 1400 Nits im Filmmaker-Mode ist eine Kampfansage und stellt alles in den Schatten, was WAGB OLED TVs bisher geliefert haben. Dank der neuen Microlens Array OLED-Technik. Auch wenn die versprochenen 1500 Nits nicht erreicht werden, sind 1400 Nits für den Großteil aller Inhalte mehr als perfekt. Die ist dann abgerundet mit dem, man muss sagen endlich korrekt agierenden Autostatic Brightness Limiter, welcher nunmehr nicht mehr willkürlich dunkle HD-Inhalte massiv abdunkelt und somit komplexe HD-Inhalte in einem Kontrastverhältnis dargestellt werden, wie es noch nie auf einem AG OLED TV möglich war. Auch in Sachen Bildqualität setzt der AG G3 EVO den Maßstab für die Referenzklasse 2023. Eine kaum zu kritisierende HDR-Filmmaker-Mode und spieleoptimierer Farbkalibrierung. Letzteres egal ob in SDR oder HDR. Eine Near Black-Leistung, die dank intelligentem Videoprocessing die beachtliche Vorgängerleistung nochmals übertrifft und eine Gaming-Performance, die den G3 jetzt bereits zum VorzeigegamingTV 2023 macht. Dies dann weiter abgerundet durch die kompromisslose Ausstattung, die dank Dingen wie Firma HDMI 2.1a, Dolby Vision IQ inklusive 120Hz Gaming und Precision Detail, QMS4R und der zurückgekehrten DTS-Formatunterstützung nicht mehr zu toppen ist. In Sachen Ausstattung bietet der AG G3 alles, was der Markt bisher zu bieten hat, wenn wir das kaum genutzte HDR10 Plus mal außen vor lassen. Aber so hell der G3 auch scheint, es gibt auch Schattenseiten. So wurde das nervige VR-Gamma-Flemmern wieder nicht gelöst und die eher wackelige Zwischenbildberechnung trübt den Gesamteindruck merklich. Auch die kuriose Farbkalibrierung im SDR-Filmmaker-Mode ist eher kritisch zu beäugen, welche, ganz ehrlich, für mich nicht so ins Bild passt und ich dies schon übel nehme. Etwas besänftigt wird das Ganze durch die sehr gute Performance des WebOS-Betriebssystems, welches zwar keinen Quantensprung zur Vorjahresversion macht, aber dennoch sinnvolle Erweiterungen mitbringt. Für mich bleibt unter dem Strich festzuhalten, AG hat mit dem G3 wirklich ein High-End-TV abgeliefert, der sich vorerst ohne Umschweife die Referenzkrone 2023 geschnappt hat. Preislich bewegt sich der G3 jetzt zu Beginn des Jahres natürlich noch in Regionen, die fernab von gut im Böse sind. Dank der sehr selbstbewussten Preissteigerung auf 2.800 Euro für das 55-Zoll-Modell ist ein Sony A95K, Philips OLED 107 oder auch der AG G2 derzeit noch die kostengünstigere Alternative. Diesen Aufpreis sind die, zwar maßgeblichen Verbesserungen, nicht wert. Wenn zwingend jetzt, zu Beginn des Jahres, ein neuer TV ansteht, würde ich an dieser Stelle eher zu einem TV-US 2022 greifen. Könnt ihr aber noch warten, dann solltet ihr den sicher kommenden Preisfall abwarten. Sobald der G3 in 55 Zoll die 2.000 Euro Marke erreicht, stellt ihr in Sachen Preis-Leistung alle High-End-TVs aus 2022 mühelos in den Schatten. Ja und mit diesen Worten möchte ich nun mein Review-Video zum AG G3 TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt mir diese in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Ole-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!